Ach, das kenne ich. Esoterisch. 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 Gleich fliegt es. Gleich den Finger. Ja, so. So, jetzt passt es auf. Jetzt müssen wir alle einmal die linke Hand machen. Jetzt für Martin. Beschwört ihr gerade die Erdgeister? Ja, das machen sie. Jetzt hat einer richtig fest oben gebraucht. Genau. Jetzt vorstellen, dass der Kenne jetzt nur noch 2 Kilo. Aber richtig diese Vorstellung. Das hat was mit der Ansparnung, da müssen wir es tun. Ich mein... Die Kräfte verteilen sich. Sie werden ungefähr in einer Folge die Hände runter. So, jetzt machen wir das noch. Dann gib mal das Bier. Das ist zu schwer mit Bier. 1, 2, 1. Alter, falsch. Wie passt denn? Wie passt denn? Hä? Wie passt denn? Wie passt denn?